Das ist ein Geht. Runde gegen Pyramid Head. Mega geil. Hast du den? Ich hasse ihn. Das ist ein Pyramid Head. Die Zone spiel ich mit Endgame-Build, mit Adrenalin, Hope, Immobil und Object of Obsession, obwohl Object of Obsession wirklich nicht so das neiste Perk ist eigentlich, weil da wird man oft, ja, nochmal gefokust vom Killer, das ist nicht so geil. Oh ja, mein Tunnelbau wohin hier in Towns. A cheek-old Tunnel. Oh god, oh god. Very cheeky. Oh god, okay, das war ein guter Held von ihnen. War ein bisschen Palette Waste von meiner Seite aus. Das war gut. Oh ja, nichts ändern. Aber ich weiß nie wie ich gegen Pyramid Head spielen sollte. Ich find ihn viel zu stark. Scheiße. Ich mag ihn gar nicht. Das ist wirklich so. Ich sag, da mein ich auch gar nicht. Und das war's an der Stelle da mit mir. Alter, fuck, er tunnelt halt nichts. Ich hasse das. Wenn ich eins hasse, dann sind das Tunnel. Ernsthaft. Ich hasse das. Wo ist der? Achso. Oh shit. Oh shit. Ja, und das. Ne, das war nicht. Kein Hit. Okay. Okay. All to Heaven Records. Ich weiß nicht, ob das zu treiben ist. Oh no, ich kenne die Web nicht. Ich bin dann schon gut. Natalie, Was ist denn, wo war? So ist hier nichts in der Nähe, ich bin tot, schaff ich's, ich schaff's dann vielleicht noch, schaff ich das? Oh no. Ach ja, komm jetzt was. Ach du Quacker, ich höre ich mich auf an Evasion-Fan-Problem. Komm schon, ich brauche den Hedge. Danke fürs Zuschauen, abonnieren und like nicht vergessen und ciao.